Die Lebensmittelpreise steigen ins Unersättliche. Die letzte Handyrechnung lässt uns verstummen. Und die Spritpreise schlagen uns jedes Jahr aufs Neue in die Flucht. Besonders hart trifft es den deutschen Verbraucher jedoch in Sachen Energiekosten. So ergab eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, dass allein der Strom in Deutschland bis 2030 um 32 Milliarden Euro teurer wird. Es lohnt sich also, den eigenen Energieanbieter sorgfältig auszuwählen. Die Deutschen sind derzeit noch nicht sehr wechselfreudig, insbesondere was den Gasmarkt angeht. Hier haben sie auf jeden Fall viel Sparpotenzial. Eine Familie, die mit Gas heizt, kann mit Sicherheit einige hundert Euro im Jahr sparen. Und auch beim Stromanbieterwechsel können viele Familien locker 100 Euro jährlich einsparen. Dabei ist ein Wechsel und ständiger Vergleich der Anbieter nicht nur ratsam, sondern auch denkbar unkompliziert. Schließlich kann heute, dank verschiedener Portale, jeder den passenden Tarif für sich finden. Das ist heutzutage sehr einfach. Das ist alles über das Internet gut möglich. Sie brauchen nur ihre Zählernummer und ihren Verbrauch. Und den Rest erledigt der neue Energieversorger für sie, inklusive der Kündigung des alten Vertrages. Woran liegt es also, dass deutsche Verbraucher so selten den Anbieter wechseln? Das ist nun mal so bei den Deutschen. Was sie haben, haben sie. Und die großen Konzerne, da bleiben wir dabei. Das liegt an der allgemeinen Träger der Deutschen. Also auch so mit Ökostrom und so, das ist ja schon ein Thema. Aber irgendwie bin ich da ehrlich gesagt noch ein bisschen zu faul gewesen. Dabei bedarf ein Wechsel keiner großen Anstrengung und es müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einem neuen Anbieter entspannt die Energiekosten zu senken. Zum einen, dass sie sich einen seriösen Anbieter, also ein seriöses Energieversorgungsunternehmen aussuchen. Zum anderen, dass sie sich einen Tarif ohne Grundgebühr auswählen. Das bedeutet, dass sie nur das zahlen, was sie tatsächlich verbrauchen. Und das dritte ist, dass sie einen Tarif mit einer Preisgarantie auswählen. Zum Beispiel mit einer zwölfmonatigen Preisgarantie, wo alle Preisbestandteile fest sind. Das bedeutet inklusive aller Steuern und Abgaben. Wer das beherzigt, muss den Vergleich und Wechsel nicht scheuen. Denn dort, wo Strom und Gaskosten sinken, steigt die Lebensqualität an anderer Stelle.